hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video vom kanal public tech instance so das wird ein kurzes update video weil ich euch die chance dagegen wollte noch ein paar fragen zu meinen kommenden videos zu stellen denn ich habe hier einiges am start aber der reihe nach fangen wir an mit thema 1 thema 1 ist ich bekomme am montag von samsung meinen ersten gesponsorten was heißt gesponsort aber ich kriege ihn gratis zum testen muss ihn wieder zurückschicken es gab keine vorgaben es wurde kein geld irgendwie angeboten aber ich darf den tv testen ohne dass ich ihn kaufe also geil ich fand hier endlich mal keine kohle bei dem test bin da sehr dankbar für echt cool freut mich das noch mal vielen dank an samsung auf jeden fall ist es ein samsung qn 90a ist der laptop aus und brauchen infos so und zwar ist es ein 65 zoll qn 90a das wird richtig cool denn den habe ich mir bestellt weil ich ja im saturn festgestellt hatte dass die 65 zoll version mit einem va-panel kommt ganz im gegensatz zu meinem 55 zoll modell hier der mit einem ads panel kommt ich bin immer noch ein bisschen skeptisch jetzt weil bernd in den kommentaren hat geschrieben dass der 65 zoll definitiven ips ads panel hat laut einer aussage von samsung dann hat truth geschrieben dass das beim 65 zoll 50 50 chance wäre beziehungsweise ein glücksspiel eine zahle da nicht genannt und ich bin jetzt wirklich ein bisschen naja ich weiß nicht was am montag da kommt warten wir es mal ab wenn es auch ein ads panel sein sollte dann machen wir im schlimmsten fall erhalten zonen vergleichen gucken ob die 200 zonen mehr im 65 zoll hinten unterschied machen wäre blöd aber dann ist es halt so dann muss ich halt irgendwie wieder was neues anfordern oder wieder mehr einkaufen naja das war thema 1 thema 2 vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen aber da hinten steht ein lg oled 48 zoll c1 also der brot und butter oder dieses jahr von lg den habe ich mir geschoppt weil der bei ebay kleinanzeigen für 850 euro gelistet war geiler kurs und falls er mir nicht zusagt als monitor dafür habe ich nämlich eigentlich angeschafft dann kann ich ihn für nicht viel weniger geld schätzungsweise verkaufen und ich verliere nicht so viel kohle genau ich werde den also vergleich mit meinem aktuellen monitor dem asus pg 34 schlag mich tot das ist ein 21 zonen ultra weit mit 14 40p auflösung und ich werde natürlich vergleichen mit dem lg e9 und dem q in 90 a wobei ich vermute dass die unterschiede zwischen dem e9 und dem c1 die werden gering sein und wenn die unterschiede wirklich sehr gering sind weiß ich nicht ob sie es lohnt doch mal ein komplettes vergleichsvideo mit dem q 90 a aufzuziehen aber lasst mir gerne mal einen kommentar da und sagt was ihr davon haltet und was ihr natürlich für fragen habt erstens als pc monitor ersatz also im direkte vergleich zwischen pc monitor und ihm und was ihr anfragen hätte bei einem vergleich zum e9 und zum 90 a genauer ist schade dass dieses jahr bzw dass ich bisher noch keinen 42 zoll oder gesehen hatte das wäre wahrscheinlich so die größenordnung wo es auf dem schreibtisch einigermaßen vernünftig aussieht ich vermute mal dass das ding auf dem schreibtisch schon ein drömmer sein wird und ich weiß es nicht ich probiere es auf jeden fall aus ich habe bock guck mal wie er sich so macht und ob ich sonst noch irgendwas auf dem schreibtisch kriegt wenn das teil draufsteht genau ich glaube das war es so das waren auf jeden fall die news beziehungsweise ein kurzes update zu dem was hier aktuell vorgehen ich bin euch ja auch noch das q red was ist ohne teil 3 video schuldig also wie sich der q 90 a und der der e9 im vergleich schlagen bei netflix und disney plus und co das kommt auch noch aber ich habe so viele fernseher jetzt hier also ich habe echt zu tun und für den 65 zoll habe ich nur drei wochen zeit dann muss er zurück alle anderen sind gekauft da jetzt nicht genau lasst mich in den kommentaren wissen was euch am meisten interessiert und was ich testen soll in den nächsten kommenden videos das soll es aber jetzt gewesen sein lasst gerne einen daumen nach oben da falls ihr das video okay fandet ich sage extra okay informativ viel gab es ja leider nicht unten aber falls ihr die nächsten videos nicht verpassen wollt und dann sehen wir uns hoffentlich dort ok macht's gut ach so und ich pack das teil jetzt noch aus und wenn ihr bock habt dann könnt ihr dabei noch zusehen wie ich meine jogginghose und einen badelatschen das teil aufbauen ok bis zum nächsten mal ciao und